Willkommen zum MS Perspektive Podcast. Ich bin Nele von Horsten, MS-Patientin, Patientenvertreterin und Autorin. Ich bringe Dir Interviews, Inspirationen und Informationen über das Leben mit Multiple Sklerose und zeige Dir Wege auf, wie Du die Krankheit positiv beeinflussen und das Beste aus Deiner Diagnose machen kannst. Auf ms-perspektive.de findest Du die schriftliche Version der Folge, 11 kostenlose Tipps als PDF und viele weitere Informationen. Und nun beginnt die Sendung. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast und Willkommen zur Folge 272. Kladribin, Mavenclad, Leustatin und Litak bei hochaktiver MS. Kladribin, bekannt als Mavenclad, Leustatin und Litak, ist eine Immuntherapie aus dem Bereich der Immunsuppressiva. Die zur Behandlung von hochaktiver Multiple Sklerose eingesetzt wird. Es gehört zur Klasse der verlaufsmodifizierenden Therapien, die das Immunsystem durch Deplation gezielt beeinflussen, um das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern. Erfahre mehr über das Prinzip der Induktionstherapien, wie Kladribin funktioniert, wie wirksam es ist und welche potenziellen Risiken damit verbunden sind. Du lernst die Rolle von Kladribin in der MS-Therapie kennen, seine verschiedenen Formen und was PatientInnen wissen sollten, wenn sie diese Behandlung in Betracht ziehen. Insbesondere im Hinblick auf Schwangerschaft, Stillen und langfristige Gesundheitsüberwachung. Bitte bedenke, dass ich hier natürlich wie immer nur einen Überblick geben kann. Dein Neurologe und deine MS-Schwester sollten Dich ausführlich über die richtige Therapie für Dich beraten. Das liegt daran, dass sie Deinen allgemeinen Gesundheitszustand kennen und auch über Deine Ziele, Wünsche, Ängste und Vorlieben Bescheid wissen sollten, damit diese berücksichtigt werden können. Beginnen möchte ich wie immer mit den allgemeinen Informationen. Um einen guten Überblick über das große Thema der Therapieentscheidungen zu bekommen, empfehle ich Dir zuerst die Folge 250 zu hören. Immuntherapie bei MS. Ein Wegweiser durch Wirksamkeit und Auswahl mit Prof. Dr. Thjalf Ziemsen. Dort wirst Du erfahren, warum man die verschiedenen verlaufsmodifizierenden Medikamente nur bedingt miteinander vergleichen kann. Warum es wichtig ist, schnell mit einer wirksamen Therapie zu beginnen. Warum die MRT und andere Untersuchungen wichtig sind für die Beurteilung der Krankheit, des Verlaufs und Aufschluss über die Wirksamkeit geben. Warum Therapien so wenig wie möglich gewechselt werden sollten, aber natürlich immer, wenn sie nicht ausreichend wirksam sind. Warum es oft besser ist, mit einer hochwirksamen Therapie zu beginnen und erst im fortgeschrittenen Alter auf eine niedrigere Kategorie zu wechseln. Warum es bei hochaktiver MS wichtiger sein kann, schnell mit der Immuntherapie zu beginnen und erst in einem zweiten Schritt die Rehabilitation in Angriff zu nehmen. Warum Generika und Biosimilars immer häufiger eingesetzt werden und welche Zulassungsvoraussetzungen sie erfüllen müssen. Warum die Risiken und Nebenwirkungen einer Therapie unterschieden werden müssen in unangenehme Nebenwirkungen zu Beginn der Therapie und seltene mögliche Risiken. Und diese müssen natürlich in Relation zu den meist irreversiblen Langzeitfolgen einer unbehandelten MS gesetzt werden. Warum es wichtig ist, dass du deine Meinung, Wünsche, Ziele und Befürchtungen mit deinem Neurologen ehrlich besprichst, um gemeinsame Behandlungsentscheidungen zu treffen, denen beide Seiten zustimmen können. Warum es von Vorteil ist, sich von einem MS-SpezialistInnen betreuen zu lassen und selbst informiert zu bleiben und von neuen Erkenntnissen und Behandlungsmöglichkeiten zu profitieren. Und schließlich natürlich auch, warum du und wie du mit deiner eigenen gesunden Lebensweise zu einer günstigen Prognose beitragen kannst. Noch ein allgemeiner Hinweis. Die Zulassungsstudien für die einzelnen Medikamente wurden zu sehr unterschiedlichen Zeiten durchgeführt. Vor 30 Jahren musste man schwerer betroffen oder im Krankheitsverlauf weiter fortgeschritten sein, um eine sichere Diagnose der Multiple Sklerose zu erhalten. Leichte Verläufe, wie bei mir zum Beispiel, wurden wahrscheinlich gar nicht oder zunächst nicht diagnostiziert. Mit immer besseren Untersuchungsmethoden, wie zum Beispiel der Kernspintomographie, auch bekannt als MRT, findet man heute deutlich kleinere Läsionen im zentralen Nervensystem. Außerdem war vor 30 Jahren noch nicht bekannt, dass sich bei den Neuromyelitis Optica Spektrumerkrankungen, kurz NMOSD und MOGAT, um eigenständige Krankheiten handelt, die eigene Therapien erfordern und manchmal sogar negativ auf MS-Medikamente reagieren. Früher hielt man sie für Multiple Sklerose und MS-Therapien linderten die Krankheitsaktivität fast nie. Beginnen wir bei einem wichtigen Punkt. Wie wird denn Kladribin, also Mavenclad, Leustatin, Litak, bei den Immuntherapien eingestuft? Für die vorbeugende, das heißt die verlaufsmodifizierende Therapie der Multiple Sklerose, gibt es derzeit drei verschiedene Therapieansätze. Am unspezifischsten ist die Immunmodulation. Die Migrationshemmung wirkt bereits zielgerichtet. Und am spezifischsten ist die Deplation von Immunzellen, zu der auch Kladribin, also Mavenclad, Leustatin, Litak gehört. Die Therapien habe ich hier in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Erstens, wie gesagt, die Immunmodulation. Die Therapien schwächen das Immunsystem. Sie wirken sehr breit über verschiedene Faktoren, zum Beispiel auf TH1, TH17, TH2, TREC und antigenpräsentierende Zellen. Sowie auf verschiedene Signalwege und möglicherweise über andere Mechanismen. Sie versuchen das Milieu von entzündlich auf nicht entzündlich zu verschieben. Dazu gehören Dimethylfumerat, bekannt als Tecfidera und Generica, sowie Diroximelfumerat, bekannt als Vomerity. Glaterimeracetat, bekannt als Copaxone und verschiedene Namen in der Generica, also Brabio und Clift. Dann Interferon-Beta mit Interferon-Beta-1a, bekannt als Avonex und Rebif. Interferon-Beta-1b, bekannt als Betaferon und Extavia, sowie Pec-Interferon-Beta-1a, bekannt als Plecredi. Und als vierte Wirkstoffgruppe noch Teriflunomid mit Obagio, also bekannt als Obagio. Dann gibt es den zweiten Bereich, die Migrationshemmung und hier wird die Wanderung bestimmter Immunzellen gehemmt. Dazu gehören zwei Wirkstoffklassen, nämlich Natalizumab, Tisabri, Tyrucu sind die Handelsnamen, unter denen es bekannt ist, und die S1P-Modulatoren mit Fingolimod, bekannt als Jelenia, Ozanimod, bekannt als Ceposia, Ponesimod, bekannt als Ponvori und Siponimod, bekannt als Mesent. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, die Zelldeplation, um die es heute gehen soll, wo die sich entwickelnden Immunzellen absterben. Da gibt es zum einen eine Verminderung von T- und B-Zellen und natürlichen Killerzellen und Monozyten bei Alemtuzumab, das als Lemtrada oder Kampat bekannt ist. Dann die T- und B-Zelldeplation mit Kladribin, das eben als Mevenkladloistatin-Litak bekannt ist, darum geht es heute. Und die B-Zelldeplation ganz gezielt mit Ocrelizumab, bekannt als Ocrevus, Ofatumumab, bekannt als Kesimta-Bonspri, Rituximab, bekannt als Maptera-Rituxan und Oblituximab, bekannt als Priumvi. Nach dieser Einführung soll es jetzt darum gehen, wofür denn Kladribin, also Mevenkladloistatin-Litak zugelassen ist. Kladribin ist für die Behandlung von hochaktiver, schubförmiger MS bei Erwachsenen zugelassen. Es sollte eine detaillierte Nutzen-Risiko-Bewertung durchgeführt werden, basierend auf den vorhandenen Zulassungsstudien Clarity, Clarity Extension, Oracle MS und Onward. Vor dem Hintergrund dieser Studiendaten kann Kladribin bei folgenden Patientengruppen eingesetzt werden. Erstens bei Patienten, die unter hoher Krankheitsaktivität während der Therapie mit einem verlaufsmodifizierenden Medikament leiden, das heißt im Vorjahr mindestens einen Schub während der verlaufsmodifizierenden Therapie erlitten haben und mindestens neun T2-hyperintense Läsionen oder mindestens eine gadolinium-verstärkte Läsion im Gehirn-MRT aufweisen. Musst du nicht verstehen, gadolinium-verstärkte Läsion bedeutet aber einfach, das ist eine, die im Moment aktiv ist und die das Kontrastmittel aufnimmt und was man dann eben im MRT sehen kann. Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, Patienten mit zwei oder mehr Schüben im letzten Jahr, also das heißt immer die letzten zwölf Monate vor jetzt, wo man die Therapieentscheidung trifft, unabhängig davon, ob sie mit einer verlaufsmodifizierenden Therapie behandelt wurden oder nicht. Das ist sehr gut, weil natürlich ÄrztInnen bei verschiedenen Patienten einschätzen können, dass das vermutlich irgendwie wirklich sehr aktiv sein wird und dass man da nicht erst warten muss und warten muss, bis Zeit ins Land geht, sondern gleich beginnen kann. Wie sieht denn die Situation für spezielle Patientengruppen aus? Ganz kurz bloß zu Kindern und Teenagern. Aufgrund des Krebsrisikos wird Cladribine, also Mavencladloistatin-Litac bei MS-Patienten unter 18 Jahren nicht empfohlen. Es gibt keine Daten zur Sicherheit oder Wirksamkeit bei pädiatrischen Patienten und das tauchte bei uns auch nicht in der Vorlesung auf und auch nicht in dem Interview, was ich mit Professor Barbara Korneck geführt habe. Dafür hat man einfach genug andere Möglichkeiten. Wie sieht es aus mit Schwangerschaft und Stillen? Da gibt es natürlich eine Empfehlung der Europäischen, der EMA und der amerikanischen Zulassungsbehörden der FDA und die lautet so, Frauen im gebärfähigen Alter sollten während der Behandlung mit Cladribine, also Mavencladloistatin-Litac, eine wirksame Empfängnisverhütung anwenden. Vor jedem Behandlungszyklus muss ein negativer Schwangerschaftstest vorliegen, das ist wichtig. Wenn möglich, sollte die Empfängnisverhütung sowohl mit einem Verhütungsmittel wie der Pille oder Spirale oder ähnlichen, als auch mit einer Barrieremethode wie einem Kondom erfolgen. Der Zeitraum zwischen der letzten Dosis Cladribine sollte mindestens sechs Monate betragen. Dies gilt auch für Männer, ganz wichtig, da in Tierstudien eine erhöhte Rate an Fehlgeburten und Missbildungen beobachtet wurde, unabhängig davon, ob die Mütter oder Väter dem Wirkstoff ausgesetzt waren. Falls es während der Behandlung oder mit einem Intervall von weniger als sechs Monaten dennoch zu einer Schwangerschaft kommt, sollte die Behandlung sofort abgebrochen werden und während der Schwangerschaft eine intensivere Diagnostik durchgeführt werden. Cladribine sollte bitte auch nicht während der Stillzeit angenommen werden. Wie sieht es jetzt aus mit der Empfehlung des DMS-KW, also des deutschsprachigen MS-Kinderwunschregisters? In den klinischen Studien zu Cladribine Mavenclad gab es nur wenige Schwangerschaften, von denen die meisten bewusst abgebrochen wurden. Die Zahl der Fehlgeburten entsprach der normalen Fehlgeburtenrate in der allgemeinen Bevölkerung. Drei Kinder wurden gesund geboren und es gab bei ihnen keine Missbildungen. Die wenigen anderen Kinder, die nach der Zulassung von Cladribine geboren wurden, waren ebenfalls gesund. Unser Register dokumentierte 62 Schwangerschaften, bei denen die Mütter vor der Schwangerschaft in unterschiedlichen Abständen Cladribine eingenommen hatten. Von diesen wurden 46 Babys gesund geboren. Zwei Babys hatten ein niedrigeres Geburtsgewicht. Die Einnahme von Cladribine lag da mehr als sechs Monate vor der Schwangerschaft. Und ein Baby hatte einen Herzfehler, der allerdings auch in der allgemeinen Bevölkerung häufig ist. Die Mutter hatte 66 Tage vor der Schwangerschaft Cladribine eingenommen, also ein bisschen mehr als zwei Monate. Cladribine kann in die Muttermilch übergehen und erste Daten aus dem Register zeigen, dass bei einer Patientin, die Cladribine in der ersten und zweiten Behandlungswoche einnahm, nur eine geringe Menge, etwa drei Prozent der Dosis, in die Muttermilch überging. Da Cladribine jedoch im Körper schnell abgebaut wird, konnte 48 Stunden nach der letzten Dosis kein Wirkstoff in der Muttermilch nachgewiesen werden. Da Cladribine länger wirksam bleibt, könnte es theoretisch Vorteile bei der Planung einer Schwangerschaft bieten. Wenn du jedoch während der Behandlung oder innerhalb von sechs Monaten nach der letzten Dosis Cladribine schwanger wirst, wende dich bitte sofort an deinen Arzt, um entsprechende Ratschläge zu erhalten. Wenn du während eines Behandlungszyklus schwanger wirst, muss die Behandlung sofort abgebrochen werden. Du darfst Cladribine nicht einnehmen, wenn du schwanger bist oder stillst. Gehen wir also weiter. Wer sollte denn Cladribine, Mavenclad, Leustatin, Litak meiden? Personen mit Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile? Menschen mit akuten und chronisch aktiven Infektionen wie einer HIV-Infektion, Tuberkulose, Hepatitis B und Hepatitis C? Immungeschwächte-Patienten, Patienten mit mittelschwerer oder schwerer Nierenerkrankung, Personen mit mittelschwerer oder schwerer Lebererkrankung, Patienten, die einen Lebendimpfstoff in den letzten vier bis sechs Wochen, zum Beispiel eine Impfung gegen das Varicella-Zoster-Virus, also VZV, erhalten haben, beziehungsweise gegen Typhus, Gelbfieber und ähnliche Erkrankungen. Frauen in der Schwangerschaft oder Stillzeit, wie gerade erwähnt. Und dann gibt es noch eine relative Kontraindikation für folgende Gruppen. Also das heißt, da kann man es eventuell nochmal unter bestimmten Voraussetzungen erwägen. Aber erstmal sollte man vorsichtig sein. Patienten mit hoher Infektanfälligkeit, zum Beispiel Druckgeschwüre auf der Haut, Aspirationsneigung, häufigen Harnwechsinfekten und Atemwechsinfektion, also wer das häufig auch hat. Personen mit einer Vorgeschichte bösartiger Erkrankungen, Patienten mit einer Fruktoseintoleranz, da die Kladribin-Tablette Sorbitol enthält und Kinder unter 18 Jahren, weil es ja einfach keine Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit bei pädiatrischer MS gibt. Wie wirkt Kladribin denn jetzt eigentlich, also Meven, Kladloistatin und Litak? Kladribin reduziert die entzündungsfördernden Untergruppen von Immunzellen und erhöht die Anzahl der regulatorischen Zellen. Es reduziert insbesondere bestimmte Arten von Immunzellen, die sogenannten T- und B-Zellen, sowohl teilende als auch runde. Das Medikament bewirkt, dass die Zellen absterben. Unter anderem blockiert es ein wichtiges Enzym in sich teilenden Zellen. In den runden Zellen führt Kladribin zu einem raschen Energieverlust, der dann am Ende zum Absterben der Zelle führt. Kladribin gehört zu den Induktionstherapien und ist ein Immunsuppressivum. Das heißt, es wirkt nach der Einnahme schnell und hat bei nur kurzer Verabreichungsdauer eine langfristige Wirkung auf das Immunsystem. Ab dem fünften Jahr kann ein neuer vierjähriger Therapiezyklus in Betracht gezogen werden. Allerdings fehlen hierzu noch die Daten aus der Praxis, die sogenannten Real-World-Data. Wie wird es denn nun eingenommen? Bei Mavenclad, das unterscheide ich einfach mal, in Mavenclad und dann nochmal speziell Leustatin und Litak. Bei Mavenclad ist das so, Kladribin wird oral als Tablette oder Tabletten in einer Gesamtdosis von 3,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht in insgesamt vier Behandlungszyklen verabreicht. Ein Behandlungszyklus umfasst eine oder zwei Tabletten pro Tag über vier oder fünf Tage. Die Dosis muss entsprechend dem Gewicht angepasst werden. Das folgende Dosierungsschema von Kladribin wurde von der EMA für die Behandlung von Multiple Sklerose zugelassen. Im ersten Behandlungsjahr wird Kladribin oral in einer Dosis von 1,75 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht verabreicht. Im zweiten Jahr wird die orale Verabreichung von Kladribin in einer Dosis von 1,75 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht wiederholt. Die ersten beiden Behandlungen werden in den Wochen 1 und 5 und die beiden weiteren Behandlungen in den Wochen 53 und 57 verabreicht. Diese vier Wochen der Tabletteneinnahme sollten idealerweise vier Behandlungsjahre abdecken. Die Tablette oder Tabletten sollten jeden Tag des Behandlungszyklus zur gleichen Zeit und zerkaut eingenommen werden. Dabei ist es egal, ob du die Tabletten zu- oder unabhängig von Mahlzeiten einnimmst. Es wird empfohlen, sie drei Stunden vor oder nach anderen Medikamenten einzunehmen, da ein Bestandteil der Kladribin-Tabletten mit anderen Wirkstoffen interagieren kann. Die Menge an Kladribin, die du einnehmen musst, wird anhand deines Körpergewichts berechnet. Der Hersteller stellt Tabletten zur Verfügung, mit denen du die Dosierung schnell und einfach bestimmen kannst. Du nimmst entweder eine oder zwei Tabletten pro Tag. Wenn du zwei Tabletten einnehmen musst, solltest du beide gleichzeitig als eine Dosis einnehmen. Die maximale Menge, die du über zwei Jahre eingenommen werden kann, beträgt 40 Tabletten a 10 Milligramm. Bei einigen PatientInnen kann eine dritte oder vierte Behandlung mit Kladribin erforderlich sein, aber die liegt eben in dieser Maximaldosis drin und das kann man dann auch ermitteln. Das machen dein Team, also Neurologin und MS-Schwester, insofern du hast für dich. Wie sieht es jetzt aus bei Leustatin und Litak? Leustatin und Litak sind nicht-orale Formen von Kladribin, die möglicherweise außerhalb der Zulassung zur Behandlung von MS eingesetzt werden. Sie werden als Infusion bzw. als Injektion verabreicht. Diese Formen von Kladribin sollen ähnlich wirken wie die Tabletten und ähnliche Nebenwirkungen haben, was jedoch noch nicht vollständig nachgewiesen wurde. Also sie sind nicht offiziell zugelassen, weil es einfach diese Zulassungsstudien dazu nicht gab. Wie wirksam ist Kladribin, Mavenklat, Leustatin und Litak? Kevin Giovannoni, der MS-Experte aus Großbritannien, den ich ja auch wirklich schon mehrfach erwähnt habe und der ganz bekannt und umtriebig ist, hat seine MS-Selfie-Karten auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet, wobei 1 für eine geringe Wirksamkeit und 10 für die maximale Wirksamkeit steht. Seiner Einschätzung nach erreicht Kladribin eine Bewertung von 6 für die Verhinderung von Schüben und 8 für die Vermeidung von Langzeitbehinderung. In der zweijährigen Zulassungsstudie würde Kladribin mit einem Placebo verglichen und reduzierte die Schübe um 58 Prozent und verlangsamte die Verschlechterung der Behinderung um 33 Prozent. Mit anderen Worten, man kann auch 100 PatientInnen betrachten. 61 dieser PatientInnen bleiben schubfrei, selbst bei einem Placebo. In der Kladribin-Gruppe bleiben weitere 19 Patienten schubfrei. Bei Betrachtung derselben 100 Patienten blieben 79 während des entscheidenden Studienzeitraums auf dem gleichen Behinderungsgrad, gemessen anhand des EDSS, des Expanded Disability Status Scale, einschließlich der Placebo-Gruppe. Bei sieben Personen in der Placebo-Gruppe verschlechterte sich der Zustand, während er unter Kladribin stabil blieb. Die Studien Clarity und Clarity Extension zeigen in den Jahren 3 und 4 bei 46 Prozent der Personen, die zuerst ein Placebo und dann Kladribin erhielten und bei 48 Prozent der Personen, die von Anfang an Kladribin eingenommen hatten, keine Anzeichen von Krankheitsaktivität in drei Kategorien, was als NEDA 3 bezeichnet wird. Und NEDA 3 bedeutet also, dass es keine Schübe, keine Verschlechterung der Behinderung und keine Anzeichen von Krankheitsaktivität in MRT-Scans des Gehirns gab. Wie sieht es jetzt aus mit den Risiken und Nebenwirkungen von Kladribin, also Maven-Klad-Loystatin und LITAC? Die Studien Clarity, Clarity Extension und Oracle MS und Onward bildeten die Grundlage für die Zulassung von Kladribin und folgende Nebenwirkungen treten also häufig auf. Bei mehr als einem von vier Patienten tritt eine Lymphopenie auf, eine niedrige Anzahl weißer Blutkürbchen, die über einen längeren Zeitraum anhalten kann. Dies kann dazu führen, dass der zweite Kladribin-Zyklus in den Wochen 53 und 57 verschoben werden muss oder manchmal gar nicht gegeben wird. Die typischsten Nebenwirkungen nach der Einnahme von Kladribin sind Hautreaktion, seltener Haarausfall und dünner werdendes Haar. Es besteht auch noch ein erhöhtes Risiko für Herpes-Infektionen, die Gürtelrose und Fieberbläschen verursachen. Wie sieht es jetzt aus mit den Sicherheitsvorkehrungen und Laborparametern? Zum einen gibt es natürlich die klinisch-neurologische Untersuchung und die müssen vierteljährlich durchgeführt werden. Vor jedem Behandlungszyklus mit Kladribin sollte dein Arzt deine medizinische Vorgeschichte überprüfen und eine klinische Untersuchung durchführen, um mögliche Gründe zu ermitteln, warum du das Medikament im Moment nicht einnehmen solltest. Es gibt ein grundlegendes Laborprogramm und zu diesen routinemäßigen Laborparametern gehört es, dass vor jedem Behandlungszyklus mit Kladribin das Blutbild und das Differenzialblutbild überprüft werden, dass es eine genaue Typisierung der weißen Blutkörperchen geben kann, die ebenfalls durchgeführt wird, wenn das sinnvoll erscheint. Also das muss nicht sein, das ist sozusagen so ein möglich. Das kann dein Arzt besser abwägen. Die Kontrollen sollten dann alle zwei bis drei Monate durchgeführt werden und wenn die Lymphozytenzahl unter einen kritischen Wert fällt, sollte die Behandlung im zweiten Jahr ausgesetzt und erst fortgesetzt werden, wenn sich die Werte normalisiert haben. Dauert die Normalisierung länger als sechs Monate, sollte Kladribin nicht mehr gegeben werden. Bei niedrigen Leukozytenzahlen sollte eine engmaschigere Kontrolle erfolgen und gegebenenfalls eine Herpesprophylaxe erwogen werden. Die Leber- und Nierenwerte müssen vor jedem Behandlungszyklus mit Kladribin und dann alle zwei bis drei Monate über die gesamte Behandlungsdauer kontrolliert werden. Vor jedem Kladribin-Behandlungszyklus muss eine Infektion ausgeschlossen werden. Treten während der Kladribin-Therapie Anzeichen einer klinisch relevanten Infektion auf, sollte eine anti-infektive Therapie eingeleitet werden. Die Verabreichung von Kladribin sollte unterbrochen oder verschoben werden, bis die Infektion vollständig abgeheilt ist. Und klar habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, vor jedem Kladribin-Behandlungszyklus muss ein negativer Schwangerschaftstest vorliegen. Kommen wir zur radiologischen Überwachung. Einmal jährlich sollte eine MRT des Gehirns und eventuell auch des Rückenmarks durchgeführt werden, um den Behandlungserfolg zu beurteilen und mögliche Komplikationen der Therapie zu erkennen, die für die Differenzialdiagnose relevant sind. Kontrastmittel sind nur erforderlich, wenn es Anzeichen für eine Verschlechterung der Erkrankung gibt oder wenn keine standardisierte MRT-Erstuntersuchung vorliegt. Und dann ist, das ist speziell bei Kladribin, gibt es Krebsvorsorgeuntersuchungen. Da Kladribin das Immunsystem vorübergehend schwächen kann, sollten Patienten die Standardrichtlinien für Krebsvorsorgeuntersuchungen befolgen und die empfohlenen Kontrolluntersuchungen durchführen lassen. Darüber hinaus sollten mindestens zwei Jahre nach der letzten Kladribin-Dosis Blutuntersuchungen durchgeführt werden, um deine Gesundheit zu überwachen. Du brauchst dir darüber aber keine Sorgen zu machen, es wird für dich überprüft. Bitte nimm die Tests jedoch ernst und hole sie nach, wenn du einen Termin nicht einhalten kannst und lasse sie nicht ganz ausfallen. Bei den Krebsvorsorgeuntersuchungen, also zum Beispiel Hautkrebs und sowas check, musst du dich allerdings schon darum kümmern. Ich kriege da immer so eine Erinnerung von meiner Krankenkasse, zum Beispiel aktuell für Hautkrebs-Check oder Brustkrebs-Check und dann musst du das natürlich schon holen. Das organisiert nicht dein Neurologe oder deine MS-Schwester. Wenn sie gut sind, sprechen sie dich darauf an, aber das liegt eigentlich nicht in dem Bereich, um den sie sich jetzt aktiv kümmern müssen. Auf der bereits erwähnten MS-Safie-Karte werden die Nebenwirkungen auf einer Skala von 1 für wenige oder selten bis 10 für viele oder häufig wie folgt bewertet. Regelmäßige Nebenwirkungen bei 2, langfristige Nebenwirkungen bei 1, Krebsrisiko bei 5. Kladribin erhält in der Übersicht der Therapie-Effekte der MS-Safie-Karte folgende Bewertung. Klinikbesuche minimal, Familienplanung kurzfristig nicht vereinbar, Impfungen gute Reaktion. Und mit den Impfungen schließe ich wie immer auch ab. Die Wirksamkeit von Impfungen kann während und nach der Einnahme von Kladribin eingeschränkt sein. Falls erforderlich, sollte der Erfolg der Impfung mittels Titerkontrolle überprüft werden. Lebendimpfstoffe sollten vermieden und nur nach einer gründlichen Risiko-Nutzen-Abwägung verabreicht werden. Alle anderen Impfungen sind während der Behandlung mit Kladribin erlaubt. Eine Impfung gegen Herpes-Zoster, der zur Gürtelruse führt, wird für PatientInnen mit Immuntherapie ab einem Alter von 50 Jahren empfohlen. In diesem Fall wird eine Impfung mit dem inaktivierten Impfstoff Schingrix empfohlen. Welche Quellen habe ich genutzt? Das war der Vortrag über Kladribin von Prof. Dr. Johann Sellner im Rahmen des Masterstudiengangs Multiple Sklerose Management, das Qualitätshandbuch der deutschen KKNMS zu Kladribin, also Mavenklot, die MS-Safie-Infokarten von Prof. Dr. Gervan Giovannoni, das deutschsprachige Multiple Sklerose- und Kinderwunschregister, kurz DMS-KW und die deutschen Informationen aus dem DZIMS zu Kladribin. Eine Schlussbemerkung noch. Bitte denke daran, dass es kein Medikament gibt, das allen hilft, sondern dass immer abgewogen werden muss, was für eine bestimmte Person am besten geeignet ist. Auch andere Krankheiten, persönliche Ziele und Vorlieben müssen dabei berücksichtigt werden. Deine Neurologin oder dein Neurologe und die MS-Schwester sind die richtigen Ansprechpartner und können individuelle Empfehlungen für dich aussprechen. Dieser Beitrag hier dient nur zu Informationszwecken und stellt wirklich keine Empfehlung dar. Was der einen Person hilft, muss der anderen nicht helfen. Ich hoffe natürlich, dass du gemeinsam mit deinem Neurologen und deiner MS-Schwester schnell die richtige Immuntherapie für dich findest und dass du mit MS ein erfülltes, glückliches und selbstbestimmtes Leben führen kannst, unterstützt durch einen gesunden Lebensstil und eine Person Glück. Und vielleicht möchtest du auch nochmal in die anderen Beiträge reinhören. Vielleicht stehen dir ja mehrere Therapien zur Verfügung. Zeitpunkt heute sind die folgenden verfügbar und in Zukunft werde ich dann noch mit den Immuntherapien abschließen. Das ist in Folge 256 Dimethylfomerat mit Tecfidera und Diroximelfomerat mit Vomeriti. Folge 258 Glatterimäracetat mit Copaxone, Copaxone, Brabio, Clift. Folge 261 Interferon Beta mit Avonex, Betaferon, Extavia, Plecredi, Rebif. Folge 264 Tereflunomid mit Obagio. Folge 266 Natalizumab mit Tisabri, Thiruco. Folge 268 zu den S1P-Modulatoren mit Fingolimod-Gelenia, Ozanimod-Ziposia, Ponesimod-Ponvori und Ziponimod-Mesend. Und Folge 270 Alamtuzumab mit Lemtrada-Campat, die eben auch für hochaktive Multiple Sklerose zugelassen sind. Dann hoffe ich natürlich, dass dir die Folge gefallen hat, dass du da auch für dich das ein oder andere mit rausnehmen konntest. Und dir eine Unterstützung ist einfach bei der Auswahl deiner Therapie. Ja, und beim nächsten Mal kommt auch ein ganz spannendes Thema, nämlich MS und Arbeitsrecht. Ein Wegweiser durch deine Rechte mit Fachanwalt Oliver Düno. Da haben wir uns über verschiedene Punkte unterhalten, die, denke ich mal, für viele interessant sind, die im Arbeitsleben sind. Generell natürlich die Empfehlung, solange wir möglich im Arbeitsleben verbleiben, aber vielleicht mit gewissen Anpassungen, die erforderlich sind. Und hör da gerne rein. Also ich hätte diese Folge gerne gehört als vor einiger Zeit, also wo ich sozusagen am Anfang meiner Diagnose und aber auch im Studium damit sozusagen kurz vor allen Dingen stieg ins Berufsleben für immer, also bis zum Rentenalter gestanden hatte. Aber ja, insofern freue ich mich natürlich, wenn sie dir irgendwie hilft. Und für mich war es auch nochmal spannend. Und bei den Immuntherapien geht es dann noch einmal weiter. Und zwar mit der BZ-Depletion. Dann bin ich da durch. Und dann werde ich wahrscheinlich irgendwann noch die NMOSD-Medikamente vorstellen, beziehungsweise was man bei Mogat machen kann. Ja, und dann wünsche ich dir, dass du so positiv und gesund wie möglich bleibst. Das Beste aus deinem Leben machst. Und empfehle den Podcast gerne weiter. Da freue ich mich natürlich immer. Bewerte ihn gerne auf der Plattform, wo du ihn hörst. Und wenn du Anregungen hast, dann schick die mir. Es kam zum Beispiel die Anregung, dass ich etwas langsamer sprechen soll von mehreren HörerInnen. Das versuche ich jetzt. Ich hoffe, das gelingt mir ganz gut. Aber sowas ist halt wichtig, solche Anregungen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du fandest es hilfreich. Vielleicht interessieren dich auch die bisher veröffentlichten Episoden und Beiträge, die du unter ms-perspektive.de slash podcast finden kannst. Unter ms-perspektive.de slash newsletter gibt es außerdem ein kostenloses PDF mit elf Tipps für deinen positiven Einfluss auf MS. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, erreichst du mich unter kontakt at ms-perspektive.de oder über die sozialen Medien. Bis zum nächsten Mal.